Hamburg ist Hafen und das bedeutet hier in diesem Bereich jede Menge Arbeit. Gleich vier große Container-Terminals stehen für den Containerumschlag bereit. Damit wird gewährleistet, dass auch die größten Containerschiffe binnen kürzester Zeit den Hamburger Hafen wieder verlassen können. Pro Jahr laufen über 5000 Containerschiffe den Hamburger Hafen an. Der Gesamtgüterumschlag beläuft sich dabei auf rund 130 Millionen Tonnen. In der Weltrangliste der größten Containerhäfen weltweit belegt Hamburg einen Platz unter den Top 20. Die Weltrangliste der größten Containerhäfen der größten Containerhäfen sind dabei auf rund 30 Millionen Tonnen. Die Weltrangliste der größten Tourist werden durch die Kultur und die größten Ausgüteren und die größten contributeiser. Vielen Dank.